PF Concept stellt ein revolutionäres Online-Bestellsystem von Werbeartikeln vor. Hochentwickelte Algorithmen in unserem Logo-Tool können Ihr Logo analysieren und sofortiges und detailliertes Feedback liefern, ob Ihr Logo korrekt gedruckt werden kann. Nie wieder unerwartete Überraschungen erleben. Mit dieser neuen Funktion sparen Sie Zeit und können Ihre Bestellung sofort abschließen, ohne dass ein digitaler E-Proof erforderlich ist. Kein stundenlanges Warten mehr auf Ihren digitalen E-Proof, was bedeutet, dass Sie den Prozess beschleunigen können, sodass Ihre Kunden Ihre Bestellung noch schneller erhalten. Es ist ganz einfach. Zuerst wählen Sie ein Produkt, dann die gewünschte Farbe und die Menge aus. Als nächstes wählen Sie die Dekorationsmethode, die Position und Farbanzahl aus. Zum Schluss laden Sie Ihr Logo in unserem Logo-Tool hoch. Mit dem Logo-Tool können Sie die Größe des Logos ändern, es neu positionieren und die Farben anpassen. Das erstellte Design wird von den Logo-Tool-Algorithmen analysiert. In Sekundenschnelle wird jedes einzelne Element des Logos überprüft, um sicherzustellen, dass es korrekt gedruckt werden kann. Wenn ein Teil des Logos nicht korrekt gedruckt werden kann, wird es mit einem roten Punkt hervorgehoben. Problemlösung. Entweder das Logo vergrößern oder eine andere Dekorationsmethode wählen. Gehen Sie einfach zum Logo-Tool zurück und passen Ihr Design an. Selbstverständlich können Sie auch kleinere Mängel akzeptieren, wie zum Beispiel die Klarheit eingetragener Marken. Mit unserem Logo-Tool erhalten Sie, was Sie sehen. Wenn Sie trotzdem einen digitalen E-Proof wünschen, können Sie diesen direkt in unserem Store herunterladen. Sofort und mit nur einem Klick. Wenn keine Probleme auftreten, können Sie die Bestellung abschließen. Wir garantieren Ihnen das zu drucken, was Sie kreiert haben. Keine unerwarteten Überraschungen und keine Notwendigkeit des traditionellen digitalen E-Proofs. Sparen Sie Zeit und bestellen Sie ohne digitalen E-Proof im PF-Store. www.pfkonzept.com 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 www.pfkonzept.com